Die Teuerung hat im August weiter zugelegt und ist mit 3,2% auf dem höchsten Wert seit Dezember 2011 geklettert. Angetrieben wird die Inflation von stark gestiegenen Treibstoff- und Energiepreisen. Spürbar ist das an den Zapfsäulen. Diesel versteuerte sich gegenüber August 2020 um mehr als ein Fünftel, Superbenzin um ein Viertel. Heizöl wurde um 30% teurer, bei Profilholz gab es einen Anstieg um mehr als 50%, gab die Statistik Austria am Freitag bekannt. Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke versteuerten sich moderat. Der tägliche Einkauf kostete im Schnitt um 2,2% mehr, der wöchentliche Einkauf verteuerte sich aufgrund stark gestiegener Treibstoffpreise deutlich um 6,5%. Die für Eurozonen-Vergleiche ermittelte harmonisierte Inflationsrate für Österreich betrug ebenfalls 3,2%. Die Teuerung zieht gerade in ganz Europa an und liegt mittlerweile deutlich über den von der EZB angestrebten 2%.